Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Mario Kart 8 mit allen aus dem Team Peelzmeet und DaluKart. Ich weiß nicht, ob Ramm heute mitmacht. Ich glaub, der wird sich hart verarscht, Funko. Das ist die fünftletzte Folge wahrscheinlich von dem Wii U Mario Kart 8. Ach, verdammt. Naja, das ist ja auch die fünftletzte Folge von Mario Kart 8, oder? Und Peter, Peter, random. Jawohl, Babyparking. Ja, also, wir wollen natürlich Mario Kart 8 Deluxe spielen, sobald's rauskommt. Und deswegen werden wir jetzt die letzten fünf Folgen am Stück aufnehmen und hoffentlich die Creme de la Creme und Best of Ever Mario Kart Maps hier nochmal in den letzten fünf Folgen. Wie viele Maps können wir unterkriegen? 20 Stück. Lass mal versuchen, 20 unterschiedliche unterzukriegen. Ja, aber nicht mit JP, da hast du leider funktionieren. Ja, okay, also einfach nicht die Strecken, wenn die schon was. Ey, der Bewohner, der hat die beste Hupe im Spiel, hab ich jetzt gerade nach 400 Folgen festgestellt. Was hat er denn für eine? So, und... Leute, was hat mich denn direkt hier weggemacht? Er ist bei mir im Team. Er ist blau. Ich bin blau. Ich bin noch blau. Der ist jetzt letzter. Äh, blau. Ich bin blau. Ich bin hinter dir, Jay. Arbeite dran. Scheiße, ich hab die... Wer ist erster? Der Jay. Dein Teammitglied ist erster Bram. Oh mein Gott, die... Nein, jetzt muss ich genau das Frage zu legen. Er ist mit einem Bananer gefahren. Oh fuck. Erstmal Peter wegmachen. Das ist eigentlich die ganze... Oh, war ja... Oh, war ja... Oh, Peter... Oh, war da an einer... Die waren fies. Unsexy, Jay. Oh, du musst halt eher hart machen. Peter auch nicht verkacken, gerade ein mega hart. Oh, Alter. Alter, ja, natürlich. Kannst du ihn noch nicht nach hinten werfen? Oder kam der von hinten? Oh, du bist der mir. Ja. Ja, hat mich aber auch getroffen. Oh, wow. Hab ich dich getroffen, Christian? Oh, Leute, bei mir bin ich voll durch dich durchgefallen. Oh, no. Achso, du bist voll durch dich durchgefahren. Nee, konnte ich nicht. In der Kurve konnte ich das nicht. Dalu, du Arsch. Du hast mit dem Platz geklaut. Du blöder Pisser. Sehr gut, Sam. Mann, ey. Die Rude da am Ende war ganz schön frech. Du musst ja wohl ohne recht sein. Schlechter Start in die letzten fünf Folgen Mario Kart hier auch. Ach, langsam hab ich's auch drauf nach 200 Folgen. Und dann wechseln wir das Spiel. Du hast einfach nur die Taktik rausgehoben, die Rakete einfach bis zum Ende aufzubewahren. Nee. Jetzt gerade in der Runde nicht. In der Runde war ich einfach... Willst du mich verarscht? Du bist mit der Rakete gerade überholt. Ja, aber ich hab die nicht aufgespart. Jetzt versuch hier mal keinen Schlesz zu machen, Rian. Wow, Jay, du hast ein Item eingesetzt, was du gezogen hast. Okay, wird das die Zapp-Kartenfolge einfach... Ich will mal, das wird einfach die Zapp-Kartenfolge. Wir müssen eh 20 Karten unterbringen. Also mach ich jetzt mal eine richtige Scheißkarte. Nein, Peter, jawohl. Achso, stimmt, das Spiel hat deutlich mehr als 20 Karten. Ja, was soll das denn, Peter? Die ist ja nicht mal in den Top 5. Alles gut. Die ist in den Flop 2. Neben der Regenbogenstrecke, meinst du? Achso, ja, okay. Ne, Regenbogenstrecke ist safe Top 5, Junge. Ja, deswegen muss die auch mehr als 200 einmal rauskommen. Nur weil die abused, oder? Die ist auf jeden Fall recht vorne dabei. Ich kann mich noch erinnern, war das nicht mit Tenendo zusammen, wo wir die nur gespielt haben? Viermal eine Folge. Weißt du, wer ist bei mir? Oh, da war eine rote. Wo kam die denn her? Das war gut, ey. So, dass ich da weggefahren bin, so sei der. Das war gar nix. Hörn, Chris. Ja, wir boosten uns einfach gegen so. Team-Mail, jetzt mach ich halt nix, ey. Da hab ich bestimmt schon 30 Mützen eingesammelt. Oh Gott. Nein, ach, dann ist meine Pflanze weg, wo ich die rote kommt. Ach komm, ich werd in der Luft von der roten getroffen. Ich bin... Nice. Nice. Sehr gut gemacht, Dalu. Und dann schießt er noch die rote dahin. Ah, ich weiß. Ich bin... Dalu hat doch ne Pflanze. Ja, vor mir ist ein Team-Mail, da kann ich die rote schlecht nach vorne schießen. Dalu hat ne Grüne auf dich geschossen. Nein, ich glaube, James. Ja, aber du hast dich getroffen, also. Da kommt ne Blaue, Christian, lass ihn da durch. Oh, ich weiß mir alles. Oh, wieso krieg ich die denn ab? Weil Zapp die geschossen hat. Ich hab sie abgewehrt! Boom! Crazy, Jett, sie abgewehrt. Nee, nee. Ich glaub, ich war auch noch nicht. Jawohl, der hat getroffen. Jawohl, da kam wieder Raketen. Zapp, da folgen wir uns. Nee, leider nicht. Oh, komm, ich bin hinter dir. Noch kannst du die Chance nutzen. Nein, jetzt bin ich nicht mehr hinter dir. Nein, konnte ich nicht. Jace ist zweiter. Aber jetzt sorg ich dafür, dass von hinten... Ich bin gut. Ich bin gleich am Stern. Jace ist erster. Oder noch besser. Genau. Is there a rocket in your pocket? Ich hab'n paar Fehler gemacht. Er hat mich weggedrückt! Nein, wir wussten uns. Nein, die Rakete fand ich gut. Ja, na gut. Na, gewinnt der Fehler. Oh, da kommt die nächste Rakete. Easy going, Alter. Ja, wow. Tschutu! Warum war ich denn mit der Rakete denn nicht einfach aus? Hä, ich bin mit... Also bei mir warst du ganz weit rechts. Nice da, Lu. Ich bin nach links gefahren und hab sogar Jay gerammt bei mir. Soll. Ja, also ich hatte es ja vorhin... Da hab ich die gestartet und dann ist die sofort durch Christian durch in der Kurve, wo ich nicht ausweichen konnte. Und Christian wurde ja nicht getroffen. Also das ist mega D-Sync. Das ist ja nix machen. Da wird noch ein hartes Auffahrerrennen hier. Das ist ja nix machen. Okay, wir hatten... Du, Serv, tust du mir dann nachher die 50 Euro, da verdammt ich mit deinem Accounts-Spiel? Alles klar. Ja. Bitteschön. Top 20. Was ist denn safe noch in den Top 20? Ja, das muss auf jeden Fall auch mit rein. Ich will auch nochmal den zuckersüßen Kenny, der muss ja jetzt in Folge nochmal drin sein. Aber in HD sieht der eh noch besser aus. Ist der noch süßer? Noch geiler. Oh, bei Bram-Schrecke würde ich sogar schon überlegen. Ob der Top 20 ist, weiß ich nicht. Du hast ja mal gesagt, der Regenbogen-Buller war es mit drin. Ja, der Klassiker, der in den 64er. Das steht da nicht. Aber den hab ich gemeint. Okay, Team. Wir müssen jetzt ein bisschen unsere Backen zusammenkneifen und pusten. Tudu. 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 Machen wir das auch, dass wir in Mario-Glücks alle andere Charakteren spielen müssen? Nee, nee, nee. Oh, no, weh. Wobei, da kommen ein paar neue raus. Vielleicht sind da geile bei. Ups. Ja, vier Stück oder wie viele kommen neu? Äh, weiß ich nicht auswendig. Ja, die ganzen Splatoon-Dinger, glaube ich. Oh, no. Da, 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 da. Ich finde das echt witzig, wie Nintendo auf die Idee kommt, dass Splatoon halt jemanden interessieren würde. Ja, direkt bei allen Splatoons. Triggert jetzt hier direkt. Gibt ja nicht. Gibt ja nicht. Gibt ja nicht. Oh, man. Dado hat mich gefickt. Ich bin gespannt, vielleicht Splatoon 2 ja gar nicht so schlecht. Wer weiß. Ja. Gut, also. Warum will ich da? Er hat ja so geileres rausgemacht als Splatoon 1. Abram hat mir das Item geklaut, ey. Nein. Oh, der hat ein Achter. Oh, die Scheiße. Da fahr ich voll rein, weil er neben mir ist. Ach. Wo kommt denn die Grüne daher? Ohne Spaß, ey. Und was machst du? Oh, die kamen, die ist sogar an mir vorbeigeflogen noch, weil ich ganz witzig finde. Hä? Du bleibst bei mir. Ja, weil die ist halt auch an mir vorbeigegangen. Scheiße, dann hat die mich echt oben getroffen noch, ey, das gibt's nicht, ey. Ah, drei Rude ist auch echt ab. Fuck immer. Alter, da ist ein Stern hinter mir. Kann der mal aufhören? Kann der mal aufhören? Da kommt schon wieder Rote. Crazy Motherfucker. Ja, von mir. War mal ganz schön viele Rote, die Runde. Und andere geile Sachen. Einer von uns. Schieß einfach. Ja, stimmt. Schieß einfach. Oh, jetzt hat er dann auch eine Rote abbekommen. Ja. In dem Ziel. Kommt schon! Oh, jetzt, Scheiße, hättest du ihn ein bisschen früher abgeschossen, hättest du, obwohl er jetzt auch nicht geändert. Ja, im Zweifel hätt ich noch mich getroffen. Hast du Glück noch einen Stern gekriegt, Bram, ey. Alter, oder? War glücklicherweise ein Stern. Da hab ich Glück gehabt. Bram, was ist da los? Du bist jetzt dreimal letzter geworden. Ja, ich sag doch. Ich hab neun Punkte, ich fahr mit Selbstaccount. Neun Punkte? Du hast drei Punkte. Ja, echt wahr. Ich fahr mit Selbstaccount. So, Jungs, jetzt noch einmal. Wollen wir mal, hier, richtige Action jetzt. Okay, auf welche haben wir denn wohl die höchste Schuss? Regenbogenstrecke. Es gibt nur eine Strecke, die wirklich alleine in den Top 20 fahren werden muss. Aber will ich die Regenbogenstrecke jetzt schon in der fünftletzten Folge raus? Alter, die wird die ganze Zeit kommen. Nee, die wird die ganze Zeit kommen. Ja, nur weil du dann sagst, dass wir nicht die... Wenn wir nur 20 verschiedene machen, heißt das natürlich, dass Jey das auch macht. Oh. Aber meine kam halt noch nicht dran. Nein, Zalu. Top 20. Ich hab noch... Ach Gott. Jawoll. Oh. Da müssen wir jetzt reißen, das ist gleich zahlen, ne? Gleichstand. Das muss jetzt unsere beste Hunde auf der Regenbogenstrecke werden, Leute. Da wird es schwierig. In der Ruhe liegen die Kaffenssätze und Kissen. Top kommen unter Trialsfolgen. Wer will eigentlich zwei Maps doppelt fahren? Ja, Top kommen unter Mario Kartfolgen. Ja, voll geil. Endlich wieder Regenbogenstrecke. Ja, bei Trials gibt es ja auch 20.000 Stricken. Hier gibt es ja... Wenn es die ganze Zeit neue Stricken geben würde, wäre das ja was ganz anderes. Ja. Alter, ich bin... Oh, shit. Nein! Da hat mir noch keiner einen Rund gegeben. Das war nicht nett. Ja, wow. Dann bin ich runtergefallen. Dann reiß mal was, Sepp. Ja, ich bin auch runter. Aber nice. Gibt es doch nicht, ey. Das ist Dallus. Das ist Dallus. Okay, nice. Ich spawn neben dir. Ey, du hast mich jetzt schon zweimal abgeballert. Was soll ich denn machen, wenn ich immer spawn neben dir? Weiße, Dallus. Da kann ich genauso wenig dran machen wie du. Was war das denn? Warum frisst du dich nicht? Mit Animation und allem Shit. Och, und natürlich, ich werde von Peter getroffen. Oh, Christian. Desync ist real, ey. Ping-Vorteil. Du weißt, die Strecke nicht richtig weg. Und Peter ist dritter und kriegt eine Rakete. Ich finde das absolut fair. Jetzt, Alter, guck mal, wie wir die wegrasieren. Guck dir mal die an, ey. Oh. Dadurch, dass ich vierter bin, kriege ich keine Raketen. Nein, jetzt kriegt man auch nicht unbedingt Raketen. Das ist aber auch nah zu perfekt gefahren. Ich überhaupt nicht. Holy Shit. Idemlack war euch voll. Jetzt krieg ich ja auch noch einen blauen. Was soll er denn? Bram ist auch richtig gut gefahren, glaube ich. War auch die ganze Zeit hinter mir. Oder? Kein Fehler gemacht. Ja. Sehr gut. Na schön. Da haben wir den Joker gut gezogen. Ich glaube, ich werde das wirklich schon jetzt machen. Das darfst du jetzt nicht an, Peter. Aber, ja. Hat auf jeden Fall gut geklappt. Wir haben mit 49 zu 39 gewonnen. Danke vielmals fürs Zuschauen. Ah, nee. Jetzt müssen wir uns nochmal kurz dort hier angucken. So. Ja, wir haben den Pokal. Danke vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. � гром hier. Vielen Dank.